Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas. Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, Gastnerdizist Andreas vom Discovery Panel. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Hallo Chris. Wir haben uns schon lange nicht mehr gehört, gelesen natürlich, aber gehört schon eine ganze Weile nicht mehr. Wie geht es dir denn so? Ich hoffe, du hast diese verrückten Zeiten zumindest seelisch gut überstanden. Oder überstehst sie noch gut? Ja, bis jetzt seelisch sehr gut überstanden. Wobei ich meine, das fällt einem vielleicht gar nicht so leicht, wenn man irgendwie gerade mal versucht, in die Nachrichten zu gucken. Deswegen vermeiden wir das dann einfach und wählen den Weg des Eskapismus. Eskapismus mit Nerdizismus. Das ist doch ganz schön. Ja, und gesundheitlich bin ich ein bisschen angeschlagen. The Big C hat mich erwischt. Aber das ist auch schon wieder am Abklingen. Das heißt, so langsam ist wieder alles in Ordnung. Ja, es kommt, glaube ich, einfach niemand drum rum. Mich hat es Anfang des Jahres ja damit erwischt. Also von daher, irgendwann kriegt es sich halt. Ich denke mir halt immer, weißt du, wenn das jetzt halt doch eine Zombiesäuche wäre, dann kommst du halt, hätte ich jetzt fast zwei Jahre durchgehalten. Und die Frage ist dann immer, ob wir geprept haben. Aber ein guter Prepper, habe ich gelernt, sagt niemandem, dass er ein Prepper ist. Warum? Weil er dann Angst hat, dass im Fall des Falles alle bei ihm vor der Tür stehen? Oder weil er Angst hat, dass er gedisst wird? Nee, nee. Ja, in unserer heutigen Welt würde er gedisst werden. Und in der Postapokalypse wäre dann das Problem, dass alle Leute bei ihm in den Bunker wollen. Nein. Also wir schweigen komplett, wie wir uns darauf vorbereiten, dass irgendwann auch die Zombiesäuche sicherlich kommen wird. 2022, ich bin dabei. Ich glaube, in irgendeiner Folge hatten wir mal drüber philosophiert. Ich weiß nicht, warst du da nicht auch dabei, wo ich gesagt habe, bei uns ist hier der Real um die Ecke. Da würde ich erst mal ein paar Wochen aushalten können. Ja, auf jeden Fall. Ein riesengroßer. Einkaufszentrum, ein ganz, ganz großer Tipp. Ja, auf jeden Fall. Natürlich irgendwann, wenn der Strom weg ist und dann die Kühle anfängt zu versagen. Aber zumindest für eine Weile würde es funktionieren. Ja, wir wollen über den zweiten Teil der elften Staffel von The Walking Dead sprechen. Wir haben ein bisschen geskippt. Wir haben jetzt vier Folgen auf einmal vor. Und wir haben natürlich zwischendrin auch entgegen unserer Ankündigung etwas ausgelassen. Aber es war dann einfach körperlich doch sehr schwierig durchzuhalten. Ich habe es zumindest getan. Aber hast du dir noch World Beyond angetan? Nein. Nicht mal aus Chronistenpflicht. Nee, nicht mal aus Chronistenpflicht. Also ich bin ja auch jemand, der sagt, wenn mir etwas überhaupt nicht gefällt, dann lasse ich es auch sein. Also das ergibt keinen Sinn irgendwie. Weil dann ist es nur noch Hate. Und ich habe ein, zwei Folgen, glaube ich, mir noch gegeben. Und dann fand ich es so langweilig, dass ich gedacht habe, es bringt nichts, mir das jedes Mal wieder aufs Neue zu gucken. Ich habe, glaube ich, sogar noch die zweite Folge habe ich, glaube ich, sogar schneller geguckt. Da habe ich mir hier das Amazon-Fenster aufgemacht und habe dann gesagt, okay, tipp bitte in 1,5-facher Geschwindigkeit, damit ich das irgendwie ertrage. Das ist halt, also im Grunde genommen ist das natürlich ein Faustschlag ins Gesicht sämtlicher Menschen, die daran beteiligt sind. Aber ich verstehe dich. I feel you. Es gibt auch andere Serien, da mache ich das exakt genauso. Ich bin euch, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich bin auch jetzt hier beim Podcast niemand sauer, wenn er sagt, komm, Neudizismus kann ich auch in 1,5-facher Geschwindigkeit durchhören. Habt ihr da Feedback beim Discovery Panel? Hören die Leute euch langsam oder schnell? Nee, ich glaube, das machen schon Leute, dass sie es wirklich auch schneller hören. Ich glaube, die Pausen sind relativ gering bei uns im Discovery Panel. Das heißt, dieses Pausen-Skip, das würde nicht so viel bringen, aber dieses 1,5-fach Spielen bringt schon was. Und wer sich einmal darauf einstellt, warum denn nicht? Mir wurde mal bei irgendeiner FatCon, glaube ich, gesagt, ach, so hörst du dich an. Ich höre mich doch immer so an. Ja, nee, ich höre ich ja immer mit 1,5-facher Geschwindigkeit. Ja, das klingt ja ganz anders. Dann kann ich dir ganz kurz zusammenfassen, worum es in World Beyond in der zweiten Staffel noch eben gegangen ist. Jadis hat die Macht ergriffen im CRM. Okay. Und das war's. Nein, also es gibt noch ein paar andere Communities und die sind dann aber alle ein bisschen in den Aufstandsmodus gegangen. Aber das eigentlich Entscheidende ist, weil wir ja immer noch die Vermutung haben, dass Rick im CRM irgendwo rumlungert, dass Olivia Dingsbums, Newton, John, nee, wie heißt sie, naja, die Colonel, hau mich tot, ist abgesetzt worden. Ist sie tot? Nein, sie ist nicht tot. Sie ist nur verhaftet worden in der letzten Folge. Und im Moment ist Jadis in charge beim CRM, hat also einen Coup hingelegt, weil ihr das alles nicht schnell genug ging und das alles viel zu soft war und blau und überhaupt. Wir haben aber inhaltlich, außer dass wir jetzt mehr wissen, dass also an einer Waffe weitergearbeitet wird, also den Zombie-Virus kontrollierbar als Waffe einzusetzen, wissen wir nichts mehr. Wir wissen weder was über Rick, wir wissen weder was über jetzt Commonwealth noch irgendwie Fear the Walking Dead. Es gibt also keinerlei signifikante, außer Easter Eggs, Querverbindungen, die irgendeine Art von Story woanders irgendwo weiterbringen. Außer, dass wir Bits and Pieces über CRM wissen und das Ganze, was da relevant ist, lässt sich auf eine halbe Stunde, also die zwei Staffeln CRM lassen sich auf eine halbe Stunde zusammenfassen, hättest du alles gesehen, was im CRM ist. CRM ist auch ehrlich gesagt in der Darstellung das gleiche wie es Commonwealth nur mit schwarzen Stormtroopern. Okay, ja gut. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich nicht so richtig viel verpasse, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau, wo die mit der Serie hinwollten. Weiß nicht. Was ist denn mit den ganzen Protagonisten da geworden? Was ist denn mit den Mädels und so? Der ein oder andere, ich will es jetzt nicht spoilern, der ein oder andere segne in der Tat noch das Zeitliche. Hubo de Ford, aber keiner dieser Tode bewegt dich halt. Und ich war wirklich ganz kurz davor, auch hier das mit fünffacher Geschwindigkeit zu gucken, weil das ist einfach so, come on, get over it. Gibt es noch irgendeinen Querverweis, irgendeine Post-Credit-Szene? Nein, danke, okay, tschüss, Feierabend. Und vielleicht habe ich es auch gerade im Detail ein bisschen falsch wiedergegeben, aber der Punkt ist, es ist einfach nichts dabei gewesen, was uns in unserem Zusteuern auf das Finale von The Walking Dead jetzt, glaube ich, entscheidend weiterbringt. Und außer vielleicht, wenn das CRM jetzt noch hier eine Rolle spielen würde, dass du dann halt weißt, dass es das gibt, wohingegen, wenn du jetzt nur The Walking Dead geguckt hast, halt davon keine Ahnung hast. Aber das war es dann auch. Ja, ich gehe davon aus, dass das CRM tatsächlich gar keine Rolle mehr spielen wird in The Walking Dead, also in der Hauptserie. Ich werde mir aber auch jede einzelne von diesen komischen Auskopplungsserien, die da jetzt angekündigt worden sind, werde ich mir zumindest mal geben, zumindest mal anfangen, mal gucken, was so passiert. Und das sind ja eine Menge, lass uns doch über die eben kurz sprechen, weil sie auch ein bisschen Einfluss drauf haben, wie man den Rest dieser Staffel sehen muss. Also eine Maggie-Negan-Serie, really, Isle of the Dead. Ist spannend, ist wirklich spannend, weil ich nach den neuesten Entwicklungen gar nicht so sicher war, ob Maggie diese Handlung überlebt. Aber Negan ist ja jetzt auch weg, also gut, aber da kommen wir später hin. Aber ich würde es mir mal angucken, vielleicht haben sie eine coole Story, wer weiß. Ja, dann haben wir Daryl und Carol, gut, das ist ja auch schon bestätigt, dass sie kommen. Wir haben die Rick-Filme, die drei, und dann fragt man sich natürlich schon, will it ever end? Ja, also wer kriegt denn noch eine, noch Magna und Conny und keine Ahnung noch und Eugene und keine Ahnung, wer kriegt denn noch alles in Spin-Off? Ja, ja, was war denn mit Tales of the Walking Dead? War das denn eine dieser Serien, die wir jetzt gerade schon besprochen haben oder ist das noch irgendwie eine Anthology-Serie, die habe ich im Hinterkopf? Ich glaube, das ist so eine Anthology-Serie, die noch kommt, genau. Okay, dann haben wir die also auch noch, gucken wir mal. Die haben wir auch noch, genau, und ich weiß gar nicht genau, wie es aktuell noch weitergeht bei für The Walking Dead, wann das eigentlich zu Ende ist. Stimmt, die läuft ja auch noch. Ja, die läuft auch noch, da sind wir auch schon in der sechsten Staffel. Ja, und uns sind auch so ein paar Figuren in The Walking Dead verloren gegangen, vielleicht tauchen die auch noch in irgendeiner Serie auf. Was ist eigentlich der Luke? Kannst du dich noch an Luke erinnern, den Musiker? Wo ist der? Stimmt, das war der Pianist, ne? Ja, genau. Ja, genau, der ist doch, der ist doch irgendwann einfach mit zwei, drei anderen Leuten von dannen gezogen. Ja, und wohin? Keine Ahnung, ich glaube auch dieser Rastafari-Typ ist auch irgendwann mal gegangen. Der war, glaube ich, nach dieser Hammer-Films-Folge auf dem Friedhof danach war der irgendwie weg. Dwight ist ja rübergewechselt zusammen mit Morgan zu Fear the Walking Dead. Und ja, also das Problem bei diesen ganzen Ankündigungen ist halt, dass natürlich jetzt alle Plottarmer haben. Und das nimmt natürlich sehr, 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 sehr viel Spannung raus. Ja, ja, gucken wir mal. Aber ich finde ja durchaus, dass The Walking Dead selber noch einiges an Spannung generiert. Und dazu kommen wir dann gleich wahrscheinlich, wenn wir mal die nächsten, wenn wir die nächsten vier Folgen besprechen. Genau, es sind ja die nächsten vier Folgen, die wir noch nicht besprochen haben. Genau, und ein besseres Stichwort könntest du mir gar nicht geben, weil wir jetzt ja auch schon vier Wochen, oder ihr ja da draußen schon vier Wochen im Land seid, während ihr diese Serie in der elften Staffel jetzt guckt. Habt ihr vielleicht vergessen, worum es in den ersten zwei, drei Folgen ging. Und deswegen hat der Andreas wie immer eine kleine Zusammenfassung vorbereitet. Herr Kapellmeister. Ja, gerne. Also, wir fangen an mit der Folge No Other Way, der einzige Weg. Das war die erste Folge jetzt, seit The Walking Dead wieder losgegangen ist. War das Folge 9? Ja, Folge 9. 9, 10, 11, 12, ja. 9. Wir steigen in Meridian ein. Lea macht da gerade ein Feuerwerk, also mit dieser komischen Waffe. Es gibt ein paar nette Explosionsshots mit Walkern und Reapern. Maggie, Negan und Elijah haben noch so ein Zusammentreffen mit Kava, der sie töten soll, dann aber von Negan so eine Glocke an den Kopf bekommt. Boing. Und auch Daryl schnetzelt sich munter durch Reaper, die gar nicht mehr so kompetent wirken und relativ schnell down gehen. Gabriel tötet noch Mencia, den Reaper-Priester, und zeigt damit, dass er dem Glauben abgeschworen hat. Und es gibt da eine Konfrontation zwischen unseren Leuten und Lea und ihren verbliebenen Reapern. Gemeinsam mit Scharfschütze Gabriel gewinnen unsere Leute die Konfrontation, die Reaper wollen gehen. Daryl lässt sie auch, aber Maggie dreht völlig frei und schießt alle über den Haufen. Nur Lea kann entkommen, auch weil Daryl sie nochmal explizit gehen lässt. Also, Lea überlebt. Letzter Move von Maggie, sie will noch Orden abholen, den sie ja vorletzt in der Kirche gelassen hatte. Aber der hatte leider Walker-Besuch und ist selbst zum Beißer geworden, also wird er jetzt auch geschnetzelt. Und weil Negan jetzt Angst vor Maggies Wahnsinn hat, wer könnte es ihm verdenken, verzieht er sich. Vorerst für immer. Und das ist das Ende der Reaper-Storyline. Währenddessen in Alexandria, da hat man einen großen Walker-Angriff. Judith und Gracie im obflüteten Keller, die Windmühle brennt. Naja, im Endeffekt überleben aber alle. Aaron und Lydia dürfen sich nochmal beweisen. Alexandria wird wieder Walker-frei, wenn auch ziemlich kaputt. Und die letzten Szenen bereiten dann die nächsten Folgen vor. Nämlich eine Formzeitsprung. Eugene kommt mit Commonwealth-Leuten nach Alexandria. Lance Hornsby lobt dabei Alexandria sehr und bietet Hilfe an. Und noch weitere Angebote für die Alexandriner. Was könnte das wohl sein? Flash-Forward. Sechs Monate später. Maggie und Elijah stehen auf dem Wachposten in Hilltop. Hornsby wartet mit einer Gruppe Commonwealth-Soldaten vor den Touren. Und einer der Soldaten, der kommt aufs Tor zu und fordert Maggie auf. Öffnet das Tor. Maggie sagt, so muss es nicht sein. Und der Soldat nimmt seinen Helm ab. Und tatsächlich, es ist Daryl. Und er sagt, doch, das muss es. Horns. Wir gehen in Episode 2. New Horns. Neuer Lebensraum. Und wir bleiben im Zeitsprung am Anfang der zweiten Folge. Wir landen auf einem Jahrmarkt zu Halloween im Commonwealth. Daryl, Judith, RJ, Carol, Magna, Gabriel, Ezekiel, Jerry, Kelly, Connie, Yumiko, Rosita und Coco. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle. Sie alle scheinen mittlerweile in Commonwealth zu leben. Da sehen wir auch, wie sie sich nach einem Monat eingelebt haben. Ein normales Leben. Und sie kommen damit unterschiedlich gut klar. Daryl zum Beispiel struggelt noch. Vor allen Dingen, wenn er für Pamela Milton klatschen soll auf dem Jahrmarkt. Kelly und Connie arbeiten als Reporterinnen. Daryl und Rosita sind Soldatinnen. Ezekiel betreibt ein Streichelzoo oder so. Auf jeden Fall hat er Probleme mit seinem Tumor am Hals. Was von Carol allerdings nicht unbemerkt bleibt. Sie bricht deswegen ins Krankenhaus ein. Wird aber von Yumikas Bruder Tomi erwischt. Der arbeitet nämlich mittlerweile nicht mehr als Bäcker, sondern wieder als Arzt. Und verspricht Carol, sich die Operationswarteliste nochmal genau anzugucken. Wir sehen Daryl und Rosita dann beim Training mit Mercer. Rosita kommt super klar. Daryl geht zu hohes Risiko. Und fällt Mercer damit negativ auf. Und das auch noch bei einer Trainingsanhalt im Wald. Da gerät Daryl nämlich auch noch mit Sebastian Milton aneinander. Was allerdings auch nicht so wirklich schwierig scheint. Weil der Typ offensichtlich sehr, sehr anstrengend ist. Judith findet eine neue Freundin, die ihr Rockplatten kauft. Und Carol findet Wein für Lance Hornsby und er kauft sich damit seine Sympathie. Und dann sehen wir einen großen Maskenball. Also beziehungsweise einen Ball an Halloween. So richtig Masken haben wir eigentlich nicht auf. Magna arbeitet da als Kellnerin. Yumiko und Tomi sind Gäste. Princess hackt sich mit so einem Mercer-Flirt ebenfalls auf die Party. Und Lance kann mit Carols Wein bei Pamela punkten. Was wir dann erfahren. Pamela, Miltons Vater, war tatsächlich der frühere Präsident der Vereinigten Staaten. Was ein Zufall. Die Frage ist allerdings, was der zu einem Klassensystem wie im Commonwealth sagen würde. Denn das wird das große Problem für den Rest der Folge. Nicht nur. Conny interviewt Pamela zu dem Thema. Einer der Worker, nämlich Tyler, dreht auch völlig durch. Der nimmt Pamelas Assistentin Max als Geisel und flüchtet dann in die Geisterbahn auf dem Jahrmarkt. Allerdings dann ohne Geisel. Daryl stellt ihn, überlässt ihn dann Sebastian Milton, der ihn als großen Triumph zurück auf die Party bringen kann. Die Mängel wird für ihr Schweigen zu dem Vorfall bezahlt. Aber die Frage bleibt, wie viele Widerständler gegen das System gibt es eigentlich im Commonwealth. Das Ende wird dann nochmal gefühlvoll. Ezekiel gibt Carol eine Andenkenschachtel an Henry. Und Daryl hört mit Judith Motorhead. Und Commonwealth Soldaten rund um Daryl und Rosita finden in Tylers Wohnung eine Widerstandszelle mit viel Propaganda. Ups, also doch mehr Widerstand im Commonwealth. Wir gehen in Episode 3, die hieß Rogue Element, abtrünnig oder ich habe sie genannt, die Recherchefolge. Wir haben nämlich ganz viele Leute, die recherchieren. Eugene ist erstmal am Anfang im Liebeshimmel mit seiner Stephanie, bis sie plötzlich nicht zu einem Ice-Date kommt. Das macht ihn dann misstrauisch und fängt an zu recherchieren. Aber sie ist scheinbar nicht zu Hause, beziehungsweise macht ihm nicht auf. Und bei der Arbeit hat sie gekündigt. Eugene dreht dann mehr und mehr durch, tapeziert sein Zimmer mit Hinweisen, was Prinzess selber unruhigt. Alles hängt wohl mit einem Typen namens Roman Calhoun zusammen, der sich als Klempner ausgegeben hat, als Eugene ihn zufällig im Mehrfamilienhaus getroffen hat, in dem auch Stephanie wohnt. Sie brechen in dessen Wohnung ein und finden Waffen, werden aber erwischt und landen im Gefängnis. Da holt sie Hornsby dann wieder raus, will aber, dass Eugene mit seinen Ermittlungen aufhört. Macht er natürlich nicht, auch wenn Prinzess das eigentlich auch will. Also schleicht sich Eugene in so ein geheimes Lagerhaus, in dem er Roman und noch vier andere Typen immer wieder beobachtet hat. Aber Überraschung, er trifft auf seine Stephanie. Und Lance Hornsby, der sich jetzt kümmert und Eugene die Wahrheit sagt. Ja, Stephanie war ein Köder, sie ist fake. Aber freu dich doch, denn deine Leute sind doch jetzt hier alle im Commonwealth und es geht ihnen gut. Gut, ja, Eugene freut sich nicht, der ist tief getroffen und er verbrennt seinen Roman, den er dieser Fake-Stephanie zu lesen gegeben hatte, in einer Gasse. Und da bekommt er Besuch von Pamela Miltons Sekretärin Max. Das ist nämlich tatsächlich die echte Stephanie. Conny und Kelly recherchieren auch in Sachen Widerstandszelle, die kommen aber nicht weiter. So richtig frei ist die Presse im Commonwealth nämlich nicht. Mercer lässt sie auch nicht mit diesen Widerstandstypen, mit diesem Tyler reden. Später konfrontiert sie Mercer, als sie als Embedded Journalists bei einer Außenmission dabei sind. Wird Tyler auch angeklagt, weil Max deine Schwester ist. Also das fragen sie Mercer. Und Mercer schweigt dazu. Und später verliert er auch noch Tyler, den irgendwer im Krankenhaus verlegt. Das heißt, Mercer ist im Prinzip der Verlierer dieser Episode. Conny und Kelly bekommen schließlich von irgendwem einen Zettel, auf dem Widerständler draufstehen, unter anderem eben Tyler. Und zuletzt, Hornsby und Carol sind auf einer Landpartie. Sie landen auf so einer Opiumfarm, in der ein Typ namens Motto für die Bauern höhere Preise verhandeln möchte. Carol merkt aber, dass Motto auch die Bauern in Schach hält. Sie teilt das Hornsby mit, der daraufhin Motto verhaften lässt. Und Carol hat jetzt einen Gut bei Hornsby. So, zuletzt. Die Glücklichen, the lucky ones. Max erzählt Eugene, wie sie zu ihrer Kontaktaufnahme gekommen ist. Und welche Probleme das mit dem Bruder gab, mit Mercer. Sie hat alles mitbekommen. Auch, dass sich She-Ra, das ist diese Fake-Stephanie, als Stephanie ausgegeben haben sollte, auf Befehl von Hornsby und Pamela. Ja, das heißt, wir wissen jetzt auch, Hornsby und Pamela, hm, können wir denen trauen. Eugene ist trotzdem traurig, weil Max nicht Stephanie ist. Und Rosita leistet ihm später Beistand. Max kommt dann später auch nochmal zu Eugene und ist ebenso enttäuscht von ihm, weil er nicht gemerkt hat, dass She-Ra nicht Stephanie ist. Naja, sie können aber dann doch noch connecten. Vielleicht gibt es ja dann irgendwie noch eine Chance. Zweite kleine Handlung war noch, Ezekiel wundert sich im Krankenhaus sehr, dass sie jetzt plötzlich operiert werden soll. Und Carol beichtet ihm aber dann später ganz kurz, dass sie manipuliert worden ist. Dann rastet er aus. Und gibt Carol damit auch einen Anlass, mal das System Commonwealth ein bisschen zu hinterfragen. Und wir wissen, wenn Carol irgendwas hinterfragt, oh oh. Am Ende wird Ezekiel dann aber doch operiert. Indes, und das ist der größte Handlungsstrang, sind Lance und Pamela mit einem Trupp Soldaten rund um Mercer und Daryl auf dem Weg nach Alexandria. Lance möchte Alexandria, Hilltop und Oceanside gerne ins Commonwealth holen. Aaron ist nicht sicher, ob Maggie das cool findet. Und Pamela ist selbst nicht besonders begeistert, als sie sieht, in welcher Unsicherheit Alexandria lebt. Da gibt es nur ein paar Durchbrüche von Walkern. Von Oceanside ist Pamela dann später noch überzeugter. Aber Rachel, haben wir völlig vergessen, die Chefin von Oceanside, will nur mitmachen, wenn Maggie in Hilltop auch mitmacht. Also hängt alles daran. Dann fahren sie nach Hilltop, treffen Maggie aber schon auf dem Weg bei so einem Walker-Überfall. Und weil noch eine Herde im Anmarsch ist, vertreiben sie sich die Zeit mit einer Jagd. Bei dieser bemerken Pamela und Maggie zwar, dass sie relativ viel gemeinsam haben. Später in Hilltop ist Maggie aber auch durchaus bewusst, dass Pamela das Commonwealth nicht vollständig demokratisch führt. Und das käst sie an. Und deswegen lehnt sie final Pamelas Angebot ab. Das finden Daryl, Aaron und auch einige der Hilltopis richtig doof und verabschieden sich nun auch in Richtung Commonwealth. Lance versucht bei Pamela noch zu retten, was zu retten ist, aber sie wirft ihm vor, vor allem sein eigenes Lob im Sinn zu haben. Der soll sich lieber ums Commonwealth kümmern, als hier Außenpolitik zu machen. Weil die macht er ja nur, um selbst mehr Macht zu bekommen. Und gegenüber Aaron gibt Lance das Gespräch aber völlig anders wieder und gibt einen Ausblick darauf, bald alle Gemeinschaften, vor allen Dingen aber Alexandria, unter dem Dach des Commonwealth zu vereinen. Und damit haben wir einen Andogenisten für die letzten Folgen. Von denen es noch ganze zwölf gibt, die, wie ich heute, ich weiß nicht, ob du das wusstest, mit Schrecken erfahren habe, ja noch mal zweigeteilt werden. Ja, das wusste ich. Okay, das war mir nicht bewusst. Ich wusste nicht, dass ich jetzt bis, also wie viele Folgen gucken wir jetzt noch, drei oder so? Ähm, ich glaube noch mal vier. Ich meine, es sind immer acht Blöcke. Okay. Und dann haben wir insgesamt 24 Folgen, verstehe. Okay. Ja, das war mir nicht bewusst, dass ich jetzt dann nach den weiteren vier Folgen dann noch mal bis Oktober fahre. Also ich kann wirklich nur hoffen, bevor wir in die einzelnen Folgen einsteigen, ich kann wirklich nur hoffen, dass, und ja, man hatte jetzt elf Staffeln Zeit, also das Ende muss mich jetzt schon ein bisschen umhauen. Wenn das Ende jetzt so hoppladihopp ist, so ganz viel Kai aus der Drehbuchkiste und da, 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 und da habe ich so ein bisschen Sorge, weil wir sind jetzt in der Hälfte dieser Staffel und viel weiter sind wir noch nicht. Wir haben uns ewig mit den Reapern aufgehalten. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Folge 9 wäre für mich das viel bessere Mid-Season-Finale gewesen, weil der Twist mit Daryl, Gott, ich, also euer Scheiß, wenn ich das vor drei Monaten, vor zwei Monaten gesehen, ich werde durchgedreht. Ja, stimmt. Und ich, aber ich möchte genau deswegen noch mal ganz kurz ein bisschen widersprechen. Ich finde, dass sie hier zum ersten Mal in der Geschichte von The Walking Dead wirklich sehr, sehr konsequent waren, was das mit überflüssige Antagonisten müssen entsorgt werden zu tun hat. Wie schnell diese Reaper-Storyline zu Ende war. Ich meine, die Folge war total schlecht irgendwie, also diese No-Other-Way-Folge, weil wir hatten ja auch überhaupt keinen Bock mehr auf die Reaper, aber es musste halt noch gezeigt werden, wie sie sich da kurz rausschnetzeln. Mhm. Ja. Ja. Sorry, my name is Gabriel. Okay, ja. Der Killer-Priester. Der Killer-Priester. Genau. Die zwei Sachen haben wir mitgenommen und wir haben halt noch mitgenommen, dass, wie du zu Recht in deinem Recap angemerkt hast, dass Nigen jetzt halt lieber mal das Weite sucht, weil dieser Maggie kann man nicht trauen. Kaufst du Maggie das ab? Ja, natürlich. Also, Maggie ist völlig irre. Ich meine, das kann man ja auch eigentlich verstehen bei dem, was die alles durchgemacht hat. Und in dem Moment, wo Leute, und das fing ja an der Farm an im Endeffekt in der zweiten Staffel. Ich finde, Maggie ist eine der am konsequentesten geschriebenen Figuren überhaupt in The Walking Dead. Bei der Farm hat sie ihre gesamte Familie im Prinzip verloren. Ich glaube, da ist noch eine Schwester mitgekommen oder sowas. Und im Endeffekt ist sie dann auch gestorben. Dann hat sie komplett ihr Heil gefunden in ihrer Beziehung zu Glenn. Und Glenn ist dann von Nigen kaputtgehauen worden. Und dann ist sie halt irgendwann auch gegangen, weil sie gesagt hat, ich kann hier nicht mehr in diesem Umfeld hier weitermachen. Und dann kommen die Reaper und schnitzeln wieder alles kaputt, dass die irgendwann völlig durchdreht, weil sie alle Leute ständig verliert, die rund um sie herum irgendwie ihr was bedeuten. Kann man ja voll verstehen. Das Problem ist, eigentlich müssten das ja alle tun. Also eigentlich verlieren ja alle immer alle Leute, die sie gerne haben. Aber bei Maggie ist es halt irgendwie konsequent geschrieben, dass die mittlerweile völlig badass ist und durchdreht und niemandem mehr vertraut. Kann ich vollständig verstehen. Sehe ich ganz genauso. Also mir passt das auch. Ich habe das deswegen mal gefragt, weil das durchaus in den Kommentaren, in den einschlägigen Gruppen und Foren so ein Thema war. Da wurden sehr seltsame Analogien dann zu Daenerys bei Game of Thrones gezogen, wo ich sagen muss, nee, wie du gerade eben gesagt hast, die Entwicklung von Maggie ist konsequent bis zu diesem Punkt. Und sie ist jetzt nicht wie bei Daenerys in Game of Thrones von einer Staffel auf die andere und wo man mit extrem viel Gutwill und sehr, sehr viel, ich dichte mir was dazu, das am Ende sich noch schönreden muss. Hier finde ich, wie du genau gesagt hast, die äußeren Umstände plus, dass sie zweimal und wer weiß, was sonst noch passiert ist, also im Grunde genommen dreimal, also bei der Farm, dann Glenn und dann nochmal ihre Gruppe verliert. Ja, kann ich absolut verstehen. Deswegen verstehe ich auch, dass sie sich in Folge 12 dann auch gegen das Commonwealth entscheidet. Wir können ja einfach mal den Maggie Story Arc ein bisschen durchsprechen. Wir können ja über die Folgen einfach springen. Sie ist ja dann noch erst mal zwei Folgen lang abgetaucht, also in 10 und 11 tauchen sie, glaube ich, gar nicht auf, wo sie dann in 12 wiederkommt und eben mit Pamela Milton dieses durchaus interessante Gespräch hat über, ja, ich sag mal Führungsstile. Ja, genau. Mitarbeiterführung. Genau, genau. Maggie sieht sich halt irgendwie als eine von vielen und arbeitet aber dann dementsprechend auch lieber in einer kleineren Gruppe, weil ich meine völlig ohne Hierarchien, das funktioniert halt im Prinzip größtenteils nicht. Wobei Maggie da eigentlich ganz gut mit klarkommt, aber dafür darf die Gruppe dann nicht so groß sein. Sie sagt ja auch, ja, ich orientiere mich hier an, was hat sie denn gesagt, an Diana und an, wie hieß, wie heißt die denn nochmal, die mit dem Truck da, mit den CDs. Ja, genau. Margie, nee, Georgie, Georgie. Georgie, genau. Sie orientiert sich an Diana und Georgie. Ich fand auch spannend, dass die Erinnerung an Diana nochmal größer gemacht worden ist. Ja, plötzlich Diana Monroe so hoch und Pamela kennt die dann? Hä? Okay. Ja, genau. Ja, ich meine gut, das waren irgendwelche Aristokratenkreise in den USA, das kann ich mir schon vorstellen, dass die Tochter des Präsidenten jemanden wie Diana erkennt irgendwie, weil Diana ja offensichtlich auch Politikerin war. Ja, okay. Hattest du eigentlich noch irgendwie. Es ist halt spannend, dass wir plötzlich die Tochter des Präsidenten kennenlernen, das ist schon spannend. Ja, okay, das kam so ein bisschen unerwartet, das ist richtig. Ich fand, der Tropenhelm war halt ein bisschen in your face, ne? Ja. Und ich so, hat die einen Tropenhelm auf? Oh, ernsthaft. Und dann noch dieses Elefanten, diese Elefantenbüchse dazu. Ja, ich weiß nicht, du hast mal die Comics gelesen irgendwann, ne? Ja, es ist a long, long time ago, ne? Galaxy Far, Far Away, ja. Ja. Da habe ich halt schon irgendwie gedacht, das ist alles ja so in your face, also ich meine, das gesamte Aussehen von Pamela, der Charakter ihres Sohns und Lance Hornsby als Figur, ne? Das sind ja im Prinzip Comic-Charaktere, die müssen im Prinzip durch ihr Aussehen schon ganz klar machen, in welches Team sie gehören, so, ne? Ähm, dementsprechend, ich schätze, dass das ja auch direkte, dass die direkte Comic-Vorbilder haben und dementsprechend finde ich das dann auch konsequent, dass sie so aussehen. Ja, was, was das? Es ist nicht subtil. Nein, 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 subtil ist anders. Nein, 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 sie sind da schon ziemlich gut nachempfunden, wobei es die Pamela Milton, ähm, und, und wir hatten ja, das gab ja am Anfang im Prinzip so ein bisschen die, die Spekulation, dass Georgie, dass der, die Anführerin vom Commonwealth ist und halt Georgie nur ein Fake-Name ist oder wie auch immer, ähm, das ist ja, die ist jetzt irgendwie weg, die wird dann jetzt nochmal erwähnt. Ja, meine Freundin Georgie, sagt Maggie wortwörtlich, so, okay, gut, okay, und, und, und. Aber wer war denn Georgie? War das, war die auch im Commonwealth? Nein, nein, das ist irgendeine andere Gruppe und können wir bitte über, und ich weiß, es ist müßig darüber zu reden, weil es keine Antwort darauf gibt und die Antwort auf diese Frage würde sie nur beunruhigen, aber, ähm, können wir bitte grundsätzlich einfach mal anmerken, dass, und das erinnert mich ja leider auch so schrecklich an Game of Thrones, Thrones in der letzten Staffel, Entfernungen einfach jetzt die Story-Hölle runtergekippt werden, ne, Story-Klo runtergekippt werden, weil diese Rundreise zu Oceanside, Alexandria, Hilltop, jetzt mal unabhängig davon, wie lang die dauert, aber wenn das Commonwealth ernsthaft überlegt, die sozusagen einzugemeinden, dann kann ich leider nicht umhin als zu sagen, ja, wie können die denn all die Jahre vom Commonwealth nichts mitkriegen? Also, entweder ist es so weit weg, dass eine Eingemeinung keinen Sinn macht, was ja die Pamela ja auch durchaus anmerkt, weil sie sagt, sie will ja ihr Reich nicht überdehnen, ja, ähm, was sie ja dann, dann hiermit tun würde, andererseits ist sie ja in dem Konflikt, dass sie sagt, na, wir wollen halt auch keine zwölf Millionen Kleinstaaten, da bringt halt auch nix, ja, aber, das ist ehrlich gesagt was, da, da bin ich auch so ein bisschen drüber gestolpert, dass die jetzt, jetzt wollen die auf einmal so ganz, ganz dick bonden, welche Motive dahinter stehen, das sei jetzt mal außen vor, ne, aber es fällt mir halt leider wirklich immer schwerer, einfach abzukaufen, dass solche CRM, ähm, Commonwealth, wer auch immer hinter Georgie steht, sofern wir sie jemals überhaupt nochmal irgendwann sehen, dass das einfach so an, an unseren Kleinstgruppen rund um Hilltop und Co. abgeperlt ist, ja, das, ja, da hab ich einfach ein grundlegendes Problem mit, auch wenn ich weiß, dass wir es nicht auflösen werden. Ja, das Problem hab ich auch durch diese, ähm, eigentlich, möchte ich schon mal sagen, relativ gute Folge, finde ich, äh, durch diese, diese, äh, letzte Folge jetzt hier, die Lucky, Lucky Ones, ähm, weil vorher hatte ich das Problem eigentlich nicht, weil der Weg von Ezekiel, Princess, wer war's denn noch, Eugene, äh, und Yumiko, glaube ich, ne, ähm, als die vier in Richtung, ähm, Commonwealth aufgebrochen sind, sind die ja ewig gelaufen. Richtig. Und die sind ja noch durch irgendeine riesige Stadt durch, ich glaub, ich weiß nicht, was das war, ähm, für eine Stadt, ähm, das heißt, da kann ich mir irgendwie schon vorstellen, okay, die sind, die sind halt über Wochen unterwegs, um da irgendwie hinzulaufen, und dann fand ich's cool, so, dass, weil, wenn die über Wochen zu irgendeinem, zu irgendeiner Location gehen müssen, dann ist's schon realistisch, dass da vielleicht auch man nicht so richtig viel was von mitbekommt. Aber wenn die jetzt hier in dieser Folge irgendwie, selbst wenn die Autos haben, die Autos fahren ja Schrittgeschwindigkeit offensichtlich, ne, ähm, wenn die hier quasi, äh, eine Rundreise machen können, und das wirkt ein bisschen so, als würden sie das für ein, zwei Tage machen oder sowas, das ist schwierig. Ja, ja, das ist, und da würde es schon helfen, wenn man einfach mal das Wetter wechselt, die Tageszeit wechselt oder sonst irgendwas, kleine Kniffe irgendwie, oder ich hätt's ganz anders gelöst, ich hätte einfach ein Rad einberufen, wo alle drei zusammenkommen, irgendwie sowas, ja, dann, dann, na egal, so hätte ich das im Grunde genommen gemacht, aber, naja. Ja, die können ja zwischen, äh, Oceanside, Hilltop und Alexandria hin und her fahren, dass das relativ nah beieinander ist, kaufe ich noch irgendwie, aber, ähm, das Commonwealth muss eigentlich halt relativ weit weg sein, das heißt, irgendwie hätten sie ein bisschen von dem Weg zeigen müssen, oder sowas, dass man zwischendurch rasten und dann, äh, unterhalten sich Lance und, äh, und Pamela noch ein bisschen oder sowas, das wäre, äh, gar nicht so schwierig gewesen. Ja, ähm, Pamela, können wir vielleicht gerade mal ein bisschen, oder bleiben wir noch eben kurz bei Maggie, also Maggie lauft so ein bisschen die Leute davon am Ende, ähm, das, was meinst du, das Fast Forward, das wir gesehen haben, sechs Monate, äh, wann werden wir das sehen, relativ zügig jetzt, ich mein, Daryl muss ja noch vollwertiger Trooper werden. Ja, ja, gute Frage, ich, äh, glaube fast, dass uns das zum, äh, Mid-Season-Finale nochmal gezeigt wird, weil das muss sich jetzt ein bisschen zuspitzen, weil im Endeffekt, ähm, ist ja jetzt gerade da kein Krieg zwischen denen, ne, das muss Lance Hornsby, muss irgendwelche Sachen, äh, irgendwie Unruhe stiften, sodass dann im Endeffekt ein Krieg zwischen denen ausbricht. Ja, ja. Bösewichte bei Walking Dead immer auch noch einen zusätzlich an der Marmel haben und sich irgendwie crazy aufführen, also als er dann da so mit dieser kleinen, mit dem kleinen Kaliber Revolver dann da auf die Walker ballert, was soll uns das zeigen, dass er gut schießen kann? Ich habe die Szene ehrlich gesagt nicht ganz verstanden und die zweite daran anschließende Frage ist, plant er insgeheim, so wie Pamela vermutet, den Coup, davon können wir ausgehen, den Putsch, ne? Ich glaube, davon können wir ausgehen und die Szene habe ich so verstanden, dass sie uns zeigen sollte, dass hinter Lance wesentlich mehr steckt, als er auf den ersten Blick uns, äh, zeigen will. Weil ich meine, wir würden ja, er hatte ja auch die ganze Zeit, wenn es irgendwelche Konflikte gab, hat er sich total zurückgehalten, ist sitzen geblieben, wenn mal ein Walker angelaufen gekommen ist oder sowas, ne? Das heißt, wir haben die ganze Zeit das Gefühl gehabt, okay, das ist ein Politiker, das ist irgendwie ein Schauspieler, das ist jemand, der irgendwie sich gut präsentieren kann oder sowas, aber sicherlich ist es kein Kämpfer. Und jetzt kriegen wir schon gezeigt, okay, ähm, aber zielen kann er verdammt gut. Also ich meine, das war ja wirklich, er dreht sich und schießt den Walker da allen in den Kopf und lässt auch den Walker hinter sich sehr, sehr nah rankommen, bis er den dann auch tatsächlich mal schnetzelt. Ich hatte schon das Gefühl, dass uns das zeigen sollte, Lance Hornsby kann definitiv mehr und Lance Hornsby will auch mehr, als er eigentlich die ganze Zeit sagt. Ja, davon können, und Pamela riecht es ja auch sozusagen und befindet sich ja in der Zwickmühle, den eigenen Einflussbereich zu vergrößern, das geht aber nur mit ihm als Stadthalter und wenn sie ihn als Stadthalter sozusagen einsetzt, aber sie droht ihm ja auch, wenn das zu Lasten, das ist so der klassische Arbeitgeberspruch, ja, sie können in ihrer Freizeit noch das und das machen, aber wenn das zu Lasten ihrer Arbeitsstatt schon geht, dann, äh, Ja, da müssen wir das sofort beenden. Ähm, ich hatte mir jetzt hier zu Lance noch notiert, dass ich komme einfach nicht drauf, es liegt mir auf der Zunge, dass dieses doppelte Spiel von Lance und dieser Reveal, dass er dann so in diesem Fake-Klempner-Haus sozusagen seine eigene, keine Ahnung, Verrätergruppe leitet, Dissidentengruppe leitet, irgendwo kenne ich diesen Reveal her aus irgendeinem Film oder so, ich meine, es ist jetzt auch vielleicht einfach so oft, dass ich jetzt das mit vielen Filmen durcheinander werfe, aber ich komme gerade nicht drauf, vielleicht, wenn das jemand mal, ähm, der unserer Hörer mal Vorschläge einreichen könnte, wo das auch noch so ist, das wäre mal ganz interessant, dann schreibt das doch mal an info at nerdizismus.de, würde uns mal interessieren. Ähm, dieses Haus spielt ja dann bei, und da können wir jetzt mal auf Eugene eingehen, bei Eugene's Detective-Geschichte eine Rolle, weil er nämlich von Fake-Stephanie, und da hatten wir ja schon vermutet, dass es so ist, weil IMDB es halt dummerweise mehr oder weniger gespoilert hat, Mhm. Und wer es im Original guckt, hat es auch an den Stimmen gemerkt, die Stephanie war halt dann doch nicht die Stephanie. Kelce Pries. Ja, Kelce Pries. Und, ähm, wir müssen jetzt tatsächlich mal ein bisschen über diese Recherche-Folge reden, oder? Ja, allerdings, die hat halt, also, so unterhaltsam es teilweise war, und so, äh, schön, in Anführungszeichen, schön es war, den Viren Eugene mal wiederzusehen, der war ja schon fast weg, ja, den hat man ja schon fast gar nicht mehr gesehen, hab ich halt, hab ich halt mein Problem mit dieser Folge, weil sie halt zumindest im Moment noch nirgendwo hinführt, und man denkt so, okay, in Damals haben wir uns jetzt eine Folge aufgehalten mit Eugenes Liebeskummer, Ja, ich hatte wirklich das Gefühl, dass es überhaupt nirgendwo hinführt, weil im Endeffekt, ähm, wurde uns ja sogar gesagt, dass Pamela davon wusste. Wenn das jetzt alles nur eine Nummer von Lance Hornsby gewesen wäre, würde es zumindest so ein bisschen diese, äh, Handlungen zusammenführen. Lance Hornsby plant irgendwie Widerstandsgruppen zu unterstützen, oder was auch immer, so. Aber das tut's ja nicht. Nein. Pamela wusste davon. Und, ähm, dementsprechend ist das jetzt, ist diese Story jetzt im Prinzip schon abgeschlossen. Ja, das war alles eine Fake-Nummer, das wussten wir aber im Endeffekt, zumindest haben wir's geahnt, dass es eine Fake-Nummer war. Ja, und ich weiß auch, also, bei aller Liebe, ich bin mir nicht sicher, ob, ob Josh McDermott, der, der Eugene-Darstelle jetzt wirklich der ist, der das gut spielen kann da. Also diese, diese, ähm, ja, diese verhinderte Leidenschaft, diesen Zusammenbruch. Ich, ich war echt, ich war schon mal begeisterter von dem. Ja, absolut, also, das, ich hab diese, diese ganze Liebesgeschichte war auch schwierig, ich sag's dir auch ganz ehrlich, ähm, langsam kann ich, also die Perücken in The Walking Dead kann ich auch langsam wirklich nicht mehr, also das strapaziert mein, ähm, Suspension of Disbelief doch arg. Ja, sehr arg sein Zopf und auch bei Max, also Mersers Tochter, auch da muss ich sagen, ay, karamba, das ist halt, ah, ist halt wirklich eine echt schlechte Perücke. Das holt mich dann auch immer wieder so ein bisschen raus und Michael würde sagen, ja, was erwartest du von der Soap? Ja, aber das wäre die viel bessere Story gewesen. Merser und seine Tochter, seine Tochter, die irgendwie gegen den, äh, gegen, äh, die Sicherheitsauflagen verstößt und Merser ist dafür zuständig, oder, oder, das wäre doch die viel, viel, oder, oder war es die Schwester? Ne, seine, seine Tochter war es, glaube ich, ne? Ich glaube es ist, oder seine Schwester? Äh, Moment, warte mal, ich hab's mir doch notiert. Ähm. Äh, Schwester, es war Schwester. Schwester, stimmt, genau, Merser, Schwester, okay, genau, ja, genau. Aber die viel bessere Story, und die haben wir nur in einer einzigen Szene im Endeffekt, dass, äh, Merser das bemerkt und, äh, seine Schwester, äh, zurecht weist. Mhm. Und wir auch nicht. Ja. Und dann hab ich gedacht, okay, aber erzähl mir doch das. Mhm, ja, vor allem, weil ja die, die Max als Sekretärin von, äh, Pamela Milton auch schon zwei, dreimal durchs Bild gehüpft ist und sie war ja auch diejenige, die in der Folge 10, glaube ich, von, ähm, oder was, die Folge 11 von Tyler, äh, kurz bedroht wurde. Ist dir übrigens aufgefallen, dass der Tyler ja der ist, der in dieser Zwischenepisode, ähm, der Trooper ist, den, ähm, ähm, Prinzess ja veräppelt hatte. In der Zwischenepisode. Ah, okay. Deswegen ist der auch so frustriert, weil der degradiert wurde vom Trooper jetzt zum Kellner. Ah, okay. Also, ein Grund wahrscheinlich. Nee, das, äh, hab ich, hab ich völlig vergessen, aber, ähm, ja, ergibt schon irgendwie Sinn. Ich fand allgemein diese Folge, also irgendwie die geraden Folgen, so, Folge 10 und Folge 12 fand ich besser als Folge 9 und Folge, äh, 11 irgendwie. Ja. Also, diese, diese Halloween-Folge hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wobei ich, äh, nicht verstehe, dass man in einer Zombie-Apokalypse tatsächlich in Geisterbahn auf, auf einem Jahrmarkt aufbaut. Danke, ja, danke. Da hab ich mir auch gedacht, so, äh, nee, nee. Also, erst mal, warum sollten die Kinder davor jetzt noch Angst haben? Ja, ähm, nee. Das, das hab ich mir auch gedacht, so, nee, das, das passt nicht. Das war natürlich ein, äh, ein kleiner Gag an, da haben wir, glaub ich, auch mal eine Folge drüber gemacht, an diese Live, äh, Labyrinthe, die es von The Walking Dead gibt mit, mit Schauspielern und so weiter. Gibt's eins in Las Vegas, da war ich aber nicht drin, aber es gab auch mal eins hier in Bottrop im, im Moviepark, äh, da war auch mal drin, das war ganz nice gemacht, das war halt wie so diese Erschrecker-Labyrinthe sind, aber mit relativ gut gemachten Props aus, ich sag mal, den ersten vier Staffeln. Da war, glaub ich, das Governor-Zimmer war da dabei und die, ähm, die Tür aus der allerersten Folge Dead Inside und so ein Kram. Ja, also, das war, war ganz nett gemacht. Für Fans war das damals ganz nett, das hat allerdings extra einen Aufpreis gekostet und das fand ich nicht so ganz gerechtfertigt. Ja, für uns wird das ja total, total gut, aber die Leute da, die entweder haben sie keine Angst mehr vor Zombies, weil sie die jeden Tag sehen, oder sie sind völlig traumatisiert, dann lass ich nicht in so einer Geisterbahn gehen. Ja, äh, auch, äh, auf jeden Fall, ähm, Princess verkauft jetzt Eis, hab ich richtig verstanden, ne? Ja, ja, Princess verkauft, äh, Princess haben wir ja kaum gesehen, ich mein, die verkauft Eis und, ähm, flirtet immer noch mit Mursa. Hat sie eine Beziehung jetzt am Ende in der anderen oder flirtet sie nur? Das war mir dann in der zehnten oder in der, in der elften, zwölften Folge, oder in der elften Folge war das, glaube ich, war mir das gar nicht so klar. Sind die, sie flirtet ihnen in der zehnten Folge an und in der elften Folge sind sie aber schon, schon so gebondet, ne? Ja, das hab ich verpasst. Naja, zumindest haben sie mehr Zeit miteinander, oder? Sie, er nimmt sie ja gleich mit auf diesen Ball in Folge 10. Da holt er sie ja sozusagen vom Red Carpet raus und dann. Genau, da wollen die ja alle rein, die draußen stehen. Und, äh, Princess hat aber ja schon mal mit Mursa geflirtet, ähm, damals als es da um dieses Funkgerät ging. Richtig. Und deswegen, äh, kommt sie da jetzt relativ nah wieder an ihn ran. Aber ich glaub, also ich hab das, ich kann dir jetzt grad nicht mehr genau drauf hindeuten, in welcher Folge, aber sie, sie haben danach nochmal zwei, drei Szenen miteinander. Und ich hatte jetzt das ein bisschen so interpretiert, als hätten die was miteinander, zumindest zu demnächst. Naja, why not, ne? Also ich mein, ähm, Princess sieht ja auch sehr, sehr verändert aus, ne? Ich hab sie fast gar nicht erkannt. Ja, ähm, eigentlich eine tolle Figur, aber ich glaub, da wissen sie auch nicht so richtig, wo sie mit da hinwollen. Das heißt, sie hat erstmal keine Rolle gespielt. Mal gucken, was noch passiert, so, in Zukunft. Magna ist Kellnerin auf der Party. Sehr frustriert, denn Yumiko ist Top-Anwältin, ja. Ja. Conny ist die rasende Reporterin. Daryl und Rosita werden Soldaten. Äh, und Carol und Eugene sind arbeitslos, oder? Ich weiß nicht, Carol arbeitet ja, glaub ich, irgendwann in dieser Bäckerei, ähm, hat da wahrscheinlich Tomis, äh, Job irgendwie übernommen. Der jetzt ja wieder Chirurg ist, genau. Genau. Ähm, zumindest auf dem Jahrmarkt bringt sie dann irgendwann immer diese Törtchen rein und Kekse backen kann sie auch, ne? Ja. Das war ja auch ein schöner Callback, dass sie den Kindern Kekse verkauft. Das stimmt. Ähm, ja. Weiß ich nicht genau, ob das, äh, jetzt der finale Job ist. Sie schien ja auch irgendwie sowas wie Assistentin von Hornsby zu werden, zumindest schickst du sich da in Richtung an. Das ist natürlich noch eine relativ spannende Geschichte irgendwie, ne? Weil Carol und Hornsby kommen eigentlich gerade relativ gut miteinander klar. Ja. Wobei Carol auch Hornsby so ein bisschen spielt, glaub ich, ne? Auf jeden, also ich wäre enttäuscht, wenn sie es nicht tut. Also meine Carol, die hat bitte jetzt schon alles hinterschaut, ja? Alles durchschaut und, äh, weiß ja, wo bitte was da. Und spätestens bei dieser Drogenschmuggler-Szene und diesen Opium-Bauern, also spätestens dann kann, muss sie wissen, wie der Hase läuft. Ja, also, wobei, das ist ja im Prinzip die Szene, wo sie, ähm, wo sie eigentlich mit, mit Hornsby so ein bisschen bondet, ne? Also. Ja, aber doch nicht, noch nicht wirklich, oder? Also ich meine, vielleicht was die, die Drogen angeht, keiner macht den Drogen, aber, ähm. Es ist nur Opium, hey. Ja, ach so, ja, dann, äh, aber die Methoden, die angewendet werden und die Verlogenheit und dass es sozusagen außerhalb des Camomèves auch nochmal Strukturen gibt mit denen, dem Camomèves und so weiter und so weiter und so weiter und dass der dann sofort verhaftet wird, etc. Also ich, also ich hoffe doch, dass das für sie so ein bisschen so ein, also spätestens jetzt muss es doch ein Eye-Opener sein, dass hier Dinge nicht stimmen. Ja, gehe ich von aus. Ähm, deswegen, ja, schauen wir mal. Wie das noch vorangeht, ich glaube tatsächlich, dass das ein, äh, Konfrontationspunkt sein könnte und im Endeffekt wissen wir ja auch, dass Carol den Tag retten muss, ne? Also Carol ist diejenige, die am Endeffekt, ähm, wenn es dann hart auf hart kommt, ähm, keine Ahnung, mit einer Flinte irgendwo reinläuft und alle umbringt oder so. Oder sich voll und ganz in den Klassenkampf im Camomèves engagiert, äh, den wir auf so einem, auf so einer Metastory-Ebene über die letzten Folgen so mitgekriegt haben. Ja. Äh, äh, die machen halt immer Stunk und immer Ärger und natürlich finden sie, egal wo sie sind, das war beim Governor so, das war bei Hilltop so, egal wo sie sind, es ist natürlich immer nicht so, wie es ihnen passt. So auch dieses Mal. Und wir haben das ja mit diesem Tyler und seiner, ja, ich, äh, seiner Verzweiflungstat auf der Party jetzt schon gesehen und Mercer und Rosita sind ja jetzt auch im Moment schon auf Untersuchung. Und sogar Mercer dämmert es so langsam, ah, vielleicht gibt's da so Dinge, die nicht mehr er weiß. Ja, beziehungsweise er, ähm, sagt ja auch irgendwie, also er hat ja immer schon so Sprüche von offener Kritik im Prinzip, ähm, er sagt, we have to play our roles, ne? Also wir müssen halt alle irgendwie unsere Rolle spielen, ansonsten funktioniert das hier nicht und ansonsten funktioniert's auch für uns nicht, ne? Und Mercer ist aber sehr, sehr gut darin, seine Rolle zu spielen. Ich mein, das ist ja auch wirklich ein Schrank, meine, dieser Typ. Also, der ist ja auch größer als alle anderen, das ist echt großartig. Ähm, den haben sie auch, finde ich, sehr, sehr gut gecastet, also, ähm, dass der auch sofort irgendwie so ein Held wird, ne? Also, ich meine, bei Halloween hatten sich so ein paar Leute hier als Mercer verkleidet, ne? Und dann kommt er irgendwie in Alexandria an oder in Hilltop und, äh, sofort ist, äh, hier, ähm, wer war's denn? Herschel, ne? Herschel Junior, der, äh, sich sofort irgendwie seinen, seinen Helm klaut und, äh, damit rumläuft oder sowas, ne? Also, bei Mercer kann ich schon verstehen, dass die ihn alle anhimmeln. Also, finde ich sehr, sehr passend, ja. Ja, ähm, ich muss gerade noch mal schauen. Ich weiß, dass der Schauspieler Michael James Shaw, der war in Endgame und Infinity Wars dabei. Ich weiß nur gerade nicht mehr, in welcher Rolle er drin war. Ich weiß, dass er dabei war, aber es kommen jetzt gerade nicht mehr drauf. Ähm, können wir mal, mal, mal nachschauen, weil der hat sich ja wirklich in, ähm, in dieser Geschichte oder in, in, in dieser Serie ja praktisch mit seiner ersten Erscheinung mehr oder weniger, äh, zum Publikumsliebling gemausert. Ja, absolut. Ja. Ah, ich hab, ich hab mal nachgeschaut, genau, Corvus Glay, das war einer von den Henchmen von Thanos, ähm, aber ein Expendable, also. Okay. Äh, hat, hat jetzt nicht so viel Screentime, war auch, glaube ich, kompletter CGI-Charakter. Also, dann hat er wahrscheinlich nur ein bisschen Voice-Over gemacht oder so irgendwas. Seinen tiefen Buster reingelegt. Ich sehe gerade, das war aber der, äh, der Haupt-Henchman von Thanos. Gut, wir, wir, wir schweifen ab tatsächlich. Das ist ein anderer Podcast, ja, ähm, äh, den, der, wann, wann seid ihr bei Einfach Marvel? Wann seid ihr bei Infinity Wars und Endgame? Äh, Infinity War haben wir schon besprochen und nächste Woche ist Endgame-Tide. Uh, 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 uh. Ja, nächsten Mittwoch, Marvel ist Marvel-Mittwoch, äh, besprechen wir Endgame. Fein, fein. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Ja, gut, dann, ich, ich sag nichts weiter. Deswegen hast du das auch gerade noch präsenter, welche Rolle der hat. Ich hab das Gesicht jetzt zwar vor mir gesehen, aber ich wusste nicht mehr. Ja, äh, Mörser, ähm, der Publikumsliebling, sowohl bei den Zuschauern als auch, äh, dort. Der wird natürlich noch die Seiten wechseln, da können wir, glaub ich, ganz stark von ausgehen. Ja, genau. Kann ich mir schon vorstellen, dass der irgendwann auch sagt, so, Pamela Milton, es reicht. Warum sollten wir eigentlich die ganze Zeit nach deiner Pfeife tanzen? Wir sind hier das Militär, ne? Ähm, und damit, ähm, spielen sie natürlich dann irgendwie eine, eine Rolle, der Militärputsch, der dann irgendwann kommen wird, ähm, ja. Ja. Ist doch klar. Genau. Und jetzt, wo ich's vorhin gesagt habe, was das CRM in schwarz und jetzt das Commonwealth in weiß angeht, das ist so plakativ, um es nicht zu nutzen. Es ist so on, in your face, um es nicht zu nutzen. Und dann denke ich ja, wir haben aber nur noch zwölf Folgen, das, sie müssen es nutzen und dann, ah, das bringt mich so ein bisschen dazu, was wir einfach noch so viele offene Dinge haben, über die man so ein bisschen, äh, sprechen kann. Wir machen, wir machen, ich sag's ja, ich hab's am Eingang gesagt, ich sag's nochmal, wir machen, mir macht es Angst, dass wir nur noch knapp zwölf Folgen haben, das macht mir schlicht und ergreifend Angst, wenn ich mir überlege, wir müssen noch was mit Rick machen, wir müssen noch was mit Michonne machen, wir müssen Daryl und Carol noch auf die Reise schicken, wir müssen Maggie und Nige noch auf eine Reise schicken. Wo zum Henker ist eigentlich Virgil, ähm, ja, wie kommt das hier, ja, ja, Virgil, der ja irgendwann mal der Gruppe um Carol und Co. noch sagen muss, ey, Rick lebt noch, beziehungsweise Michonne lebt noch, so rum, ja, ähm, der weiß, hat er doch Judith schon gesagt, oder? Ja, aber Judith hat's noch, aber Judith hat's ja noch niemand gesagt, oder? Ja, stimmt. Also zumindest hat noch niemand drauf reagiert, es könnte natürlich sein, dass das sowas wie der Hubschrauber ist von vor drei Staffeln, den alle sehen, aber niemand drüber redet. Maybe, maybe. Ja, nee, stimmt, als es diesen Walker-Angriff gab, ist der, glaube ich, aus Alexandria geflüchtet und war weg, ne? Genau, ja. Ja, das heißt, der ist auch noch, plötzlich werden da nochmal so Oceanside-Leute reingedroppt, wobei, über Oceanside, die sind für mich nur noch reines Füllwerk sozusagen, äh, da wird, glaube ich, in der Stelle nichts mehr kommen. Interessant wird, glaube ich, für mich noch zu sehen, also klar, den, den, den Konflikt mit, mit Hilltop und wie groß, und das interessiert mich dann mal, wie groß am Ende noch, oder wie klein vielmehr am Ende noch die Gruppe um, um, um Maggie in Hilltop und. Ja, ja, Aaron in Alexandria, oh, das ist auch noch so ein Punkt, der geht ja voll auf Pamela-Stile. Ja, er ist Fan, aber ich wollte gerade nochmal bei Oceanside bleiben, ich bin da, glaube ich, ein bisschen anderer Meinung, weil die haben Oceanside nochmal komplett als Set aufgebaut, die sind durch das gesamte Set von Oceanside gelaufen. Machen die das, wenn das die einzige Oceanside-Szene war? Ich bin mir nicht sicher, ich sehe eher, dass wir relativ wenig von Hilltop gezeigt bekommen irgendwie, ich sehe Hilltop immer wieder, erkenne ich, erkenne ich im Prinzip Hilltop nicht wieder, weil ja auch das Haus irgendwie weg ist. Also zumindest habe ich es nicht mehr gesehen, ich verstehe Hilltop auch nicht mehr. Das Haus ist nur noch so eine, das Haus ist, also, ja, das stimmt, Hilltop ist nur noch Fassade und ein Stück Mauer. Ja, genau. Und Oceanside haben sie das gesamte Set nochmal aufgebaut, das heißt, ich habe das Gefühl, vielleicht versucht Lance Hornsby auch erstmal, ähm, äh, Dings zu isolieren, also hier, ähm. Ja, Maggie. Und dafür müsste er natürlich nochmal nach Oceanside und irgendwie mit der Oceanside-Lady reden und sagen, hör mal, ähm, Maggie ist aber auch nicht so gut für euch, vielleicht kommst du eher ins Team Aaron, ähm, Alexandria und Commonwealth. Ja, okay, ja, why not, why not. Am Ende muss Maggie alleine dastehen. Ja, das Schöne ist, dass es jetzt so ein bisschen Polit-Thriller wird und das hatten wir noch nicht. Also wir haben hier wirklich endlich mal was Neues. Ich habe zwar zwischendurch gesagt, äh, zwischendurch in der letzten Folge gedacht, die Serie kommentiert sich jetzt selber, dass die da zu so einer blöden Jagd aufbrechen. Also, okay. Ja. Wir wollen also unbedingt wieder durch den Wald laufen und Zombies ermorden, ja, verstehe. Ähm, aber im Endeffekt ist das jetzt was ganz Neues. Wir haben so ein, so ein Ränke-Spiel, so ein Polit-Thriller zwischen diesen, ähm, ja, im Endeffekt vier Gemeinschaften. Wer hält zu wem? Wer kommt in welches Team oder sowas? Und, ähm, Lance Hornsby ist die Figur, die da das radikale Element ist, die immer wieder Intrigen schmiedet und sowas. Gefällt mir eigentlich, finde ich gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von diesen ersten vier Folgen generell grundsätzlich angetan, wie ich auch, die Reaper-Story mal außen vor bisher von Staffel 11 durchaus angetan bin. Ich sehe nur ein bisschen die Zeit einfach davonlaufen und bei elf Staffeln fehlt mir einfach langsam das Verständnis dafür, wenn man sich, also, man hat so viel Zeit und muss es am Ende, ich habe einfach die Sorge, dass am Ende gerusht wird. Das ist so meine, meine Sorge. Gefallen tut mir das. Ich bin auch so froh, dass wir einfach durch das Kamen und Wealth endlich mal andere Seheindrücke sehen, ja, dass man, dass man endlich mal, also, es ist Abwechslung drin. Dann bist du mal in der Wohnung, dann bist du mal auf der Straße, dann ist es mal diese Ballszene, dann bist du beim Krankenhaus. Zwischendurch hast du dann auch diese Trooper und dann gehe ich auch gerne nochmal nach Alexandria und Co. zurück. Alles, alles, alles super. Aber ich sehe endlich mal so ein bisschen was anderes und nicht immer die gleiche Landstraße. Das ist sehr angenehm. Ja, ja, ich habe das Gefühl, ich kann dir in Detail nicht mehr erzählen, was zwischen Staffel 6 und Staffel 10 passiert ist. Ja, ja. Das ist wirklich, ich kann die ganze, also, die Seheindrücke waren die ganze Zeit dieselben, wie du es beschrieben hast, ne? Wir laufen durch Wälder und haben dann irgendwie da wieder ein Encounter und da wieder irgendwas und sowas. Und ständig stehen die irgendwie im Krieg vor den einzelnen Gemeinschaften und ja, wir haben Krieg mit den Whisperern und wir haben Krieg mit den Salviers und sowas. Aber es waren immer dieselben Szenen und die Änderung war so ein bisschen, dass sich die Antagonisten unterschieden haben. So, aber jetzt haben wir wirklich was ganz, ganz anderes und mit eingeführten Charakteren. Also, ich meine, dann waren diese ganzen Staffeln vielleicht doch für was gut. All die Jahre. All die Jahre. Und es durchhalten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, in The Walking Dead einzusteigen. Ja. So ist es. Absolut ehrlich. Ja, jetzt haben wir noch vier Folgen. Mal gucken, ob wir es schaffen, ob wir nochmal zweimal zwei machen oder ob wir nochmal einmal vier machen. Das will ich an der Stelle jetzt überhaupt nicht versprechen, weil sonst sind wir dann wieder so festgelegt. In diesen Zeiten weiß man ja nie, was nächste Woche schon wieder ist. Und deswegen müssen wir mal schauen. Also, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr freudig gespannt, wie es weitergeht. Ich habe Bock drauf. Ich habe sogar Bock drauf, jetzt mal wieder The Fear The Walking Dead weiterzugucken. Das klemme ich mir aber für die Pause bis zum Oktober. Und dann habe ich da so ein Zünder. Irgendwann bin ich so ein bisschen, ich habe Bock auf Walking Dead. Ich habe Bock. Ich habe noch zwei, drei Fragen an dich. Ja, bitte. Sehen wir Lea wieder? Oh, guter Punkt. Hatte ich mir auch notiert, bin ich drüber gegangen. Ja, ja, ja. Ja, ja, doch, doch, die kommt nochmal wieder. Ob sie es überlebt, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, sie kommt nochmal wieder. Okay. Wird Ezekiel die Operation überleben? Nein. Ja, also schon, aber danach nicht länger. Da gibt es irgendeine Komplikation. Er will ja auch gar nicht mehr. Er findet es ja ungerecht, dass er überhaupt drankommt. Ja. Ja. Aber gut, er nimmt es auch irgendwann dankend an. Ja gut, wer würde es jetzt nicht. Ja, wer nicht, genau. Ich glaube, also so selbstlos, nee, eine 80-jährige Oma, die schon drei Leben gelebt hat, okay, von mir aus. Ja, aber er hat doch eigentlich jetzt wieder sein Zoo, von daher, ja, nee. Aber ich könnte mir gut vorstellen, im Sinne des Dramas und weil wir noch, wir brauchen durch, also ich glaube, dass uns noch bekannte Gesichter verlassen werden. Wir haben vorhin gesagt, wer auf jeden Fall Plot-Armor hat und dann ist eigentlich Ezekiel fast schon next in line. Ja, das kann man, da kann man fast von ausgehen, ne? Ja. Schade eigentlich. Es war nett mit dir. Es war nett mit dir. Naja, müssen wir mal gucken. Letzte Frage. Ja. Welche Rolle übernimmt Sebastian Milton noch? Ich weiß nicht genau, wo der kommt. Der Ramsey-Bolton-Verschnitt, ja. Ja. Ah, seine Mutter findet ihn ja auch scheiße. Ja. Schön, sie hat ihm die Kreditkarten gesperrt und ich war so, okay, wie funktionieren bei denen noch Kreditkarten, also die haben noch Internet? Hä? Oder sind die wieder zurückgegangen zu dem klassischen Scheck? Ja. So ein Scheckbuch mit so einer Ratsche. Ähm. Ja, der ist ja im Grunde genommen aufgetaucht, um der Unlikable-Character zu sein, um dann jetzt auch wieder drei Folgen lang zu verschwinden. Ähm. Ich glaube, der wird irgendwie so ein ... Die Frage ist ja, ob das Commonwealth in einer Art Götterdämmerung untergeht, ja. Dann geht er natürlich mit unter. Ähm. Das ist schwierig bei dem, aber solche Characters erleben normalerweise das Ende einer Staffel eigentlich nicht. Ob er nochmal eine große Rolle ... Ja, er wird sicherlich nochmal irgendeinen unserer Helden in irgendeiner Form in die Predulie bringen, aber ich glaube nicht mehr als für einen Spannungsbogen einer Folge. Ich glaube mehr ... Das heißt, das erste Opfer des Bürgerkriegs, ja? Ich weiß nicht, ob er das erste Opfer wird, aber er wird dann nochmal irgendeinen verraten und dafür kriegt er dann die Zombie-Rache. Der wird auf jeden Fall gebissen. Sehr gut. Ich schreibe es mir auf. Sebastian wird gebissen. Ja. Den habe ich ganz oben auf der ... Der wird gebissen, Liste. Finde ich gut. Ja, dann warst du. Das waren meine Fragen. Meine Fragen sind alle beantwortet. Schön, schön. Ich habe, wie gesagt, meine ein bisschen offener gestellt. Ich hatte auch ... Achso, ja. Ja, meine Frage an dich ist da noch. Sehen wir noch Rick Grimes? Hm. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, dass The Walking Dead mit diesem Konflikt hier zu Ende geht. Und ich, im Gegensatz zu dir, wenn ich das richtig rausgehört habe, glaube ich noch nicht mal mehr, dass das CR-Dings da, CRM, noch mit ins Spiel kommt. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier den finalen Konflikt sehen zwischen diesen, also zwischen Commonwealth gegen die drei, ja, oder gegen die drei Gemeinschaften oder die auch untereinander gegen sich. Also das ist nicht ganz klar. Aber dieser politische Konflikt ist, glaube ich, das Ende von The Walking Dead. Hm. Und am Ende müssen sie alle in verschiedene Richtungen gehen. Und deswegen glaube ich auch, dass uns das gar nicht mehr so gezeigt wird, was denn dann Carol und Daryl machen. Und so, es ist nur klar, dass die alle nicht mehr da bleiben können, wo sie jetzt sind. Und dann können wir die neuen Serien mit Zeitsprüngen sehen. Also wenn ich es jetzt mal so ein bisschen rumspinne, dann müsste man ja eigentlich sagen, wenn ich davon ausgehe, also wir wissen, es gibt diese Serien. Negan, Maggie, Carol, Daryl und noch diese Tales, wobei die nehmen wir mal aus und vor. Und es gibt noch die drei Rick-Filme. Meine Befürchtung ist, dass, um praktisch The Walking Dead zu Ende zu sehen, man diese drei Rick-Filme braucht. Das ist so meine Befürchtung. Sprich, dass die Serie jetzt einfach nach uns, nach den nächsten zwölf Folgen, nicht mit dem Ende zurücklässt. Sondern noch viele Fragen offen sind, die dann in diesen drei Filmen geklärt werden. Das macht mich insofern ein bisschen besorgt, als dass ich nicht weiß, wie, da habe ich keine Einblicke in die Produktion. Ob da drei Filme auf einmal produziert werden, ob das drei große Fernsehfilme werden. Ich habe halt ein bisschen die Sorge, dass wenn das floppt und ganz ehrlich, der Quotenknaller ist jetzt The Walking Dead nicht mehr, dass man halt im Grunde genommen diese Filme halt vielleicht gar nicht alle drei macht und uns dann schlicht und ergreifend ein Teil der Geschichte fehlt. Das ist so meine Sorge an der ganzen Geschichte. Ja, aber was wäre ein Ende? Also ich meine, Ende einer Serie kann entweder darin bestehen, dass alle sterben oder so. Davon gehen wir mal nicht aus. Davon gehen wir allein schon wegen dieser Fortsetzungsserie nicht aus. Das heißt, ich glaube, das Ende der Serie besteht darin, dass das Umfeld unserer Serie kaputt gemacht wird. Weil verteilt sind die ja schon. Auch das ist ja im Prinzip kein Ende, was uns noch gezeigt werden kann. Okay, die gehen jetzt alle in verschiedene Gemeinschaften. Nee, sind sie ja schon. Das heißt, im Endeffekt kann es nur ein großer Krieg werden, an dessen Ende zumindest Alexandria, Hilltop und Oceanside weg sind. Auf jeden Fall, wenn nicht sogar das Camon Velf oder zumindest für diese Gruppe nicht mehr bewohnbar ist. Also jetzt nicht unbedingt, weil es zerstört wurde, sondern weil sie da halt Personan und Grata sind, die sich da besser nicht überblicken lassen. Ja, auf sowas muss es ja hinauslaufen, weil sonst sehe ich jetzt keinen. Also wenn sie es schaffen, sozusagen das Camon Velf umzudrehen, wenn sie es schaffen würden, dann hätten sie ja keinen Grund mehr zu gehen. Weil das ist ja, dann wären sie am Ende ihrer Apokalypsenziele. Sie hätten eine funktionierende Gemeinschaft. Im Grunde genommen gibt es ja keinen Grund. Also wenn du Arzt oder Star-Anwältin im Camon Velf bist, hast du ja eigentlich keinen Grund zu gehen. Ja, ich meine, vielleicht ist es das auch. Vielleicht ist das Ende ja auch, dass die einzigen, die da nicht mehr reinpassen, auf der einen Seite Daryl und Carol sind und auf der anderen Seite Maggie und Negan. Um ehrlich zu sein, das würde sogar sehr gut passen, wenn du es mal so überlegst. Weil das sind, A, sind es eigentlich mal unsere vier Hauptcharakter, die noch übrig sind, die auch die längsten Zeit in der Serie sind. Mit Aaron, ja. Mit Aaron, genau. Und das sind auch die Unangepasstesten, als ich das gerade richtig gesteigert habe. Und die, die auch nichts zu verlieren haben, weil, und wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen, die haben ja auch, also du merkst ja, dass Daryl völlig falsch ist da in der disziplinarischen Hierarchie einer Armee. So klein sie auch sein mag, das merkst du ja jetzt ja schon. Carol haben wir festgestellt, die hat nichts zu tun. Maggie ist sowieso gegen alles und auch ein Negan wird sich im Camembert nicht einfügen können und ist ja sowieso jetzt erstmal wieder Lone Wolf. Ja, von daher muss... Nee, Negan wieder als Kindergärtner kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, und er, glaube ich, auch selber auch nicht mehr. Deswegen wird er da niemals da reingehen. Das heißt, am Ende des Tages muss das Camembert gar nicht zerstört oder in seinen Grundfesten auf links gedreht werden. Weil unter Umständen jemand wie Yumiko sagt und Conny sagt, ey, ich habe eigentlich gesagt keinen Grund, hier nicht wegzugehen, weil mir geht's gut. So, ja. Hm, spannende Gedanken. Schreibt uns eure Gedanken und Ideen dazu. Sofern ihr The Walking Dead noch schaut, ja, eine kleine, aber handfeste Truppe schaut es ja noch und hört uns auch weiterhin. Das freut uns ja. Von daher haut mal in die Tasten an info at nerdizismus.de oder kommt auf unseren Discord an nerdizismus.de slash Discord. Dann hören wir uns in irgendwas zwischen zwei und vier Wochen wieder. Wenn ihr Andreas' zachtes Stimmchen hören wollt, dann könnt ihr das gleich in einem übermäßigen Genuss kommen. Ihr könnt wahrscheinlich jetzt gerade zeitgleich PK, Discovery und kannst nochmal bei einfach Marvel reinhören. Genau, wobei wir hängen ein bisschen mit PK und Discovery wegen eben dieser Erkrankung, meiner Erkrankung und tatsächlich hat es meinen Podcastpartner auch erwischt. Das heißt, wir hängen da ein bisschen hinterher. Da kommen aber dementsprechend bald sehr, sehr viele Folgen und einfach Marvel ist jeden Mittwoch am Start mit Marvel ist Marvel Mittwoch. Genau. Und dann könnt ihr ja sozusagen ab 17.03. unsere ersten drei Eindrücke zu den ersten drei PK-Folgen hören. Discovery ist dann auch wieder am Start. Wir haben gerade noch eine Folge zu The Batman rausgehauen. Und ja, warst du schon drin? Nee, natürlich nicht. Also ich komme ja nicht raus quasi. Warst du ja ein bisschen kränklich. Also ich stimme nicht in das Meisterwerksgeheul ein, aber er ist trotzdem extrem gut. Und das ist ein Film, den muss man im Kino gesehen haben. Punkt. Mehr sage ich nicht. Ja gut, ich habe auch keinen Fernseher, der, also man braucht ja glaube ich so einen OLED-Fernseher, damit dieses Schwarz gut zu sehen ist. Der soll ja sehr dunkel sein. Ja, also wenn es noch dunkler wäre, wäre es ein Hörspiel. Also von daher, ja, guck es im Kino. Punkt. Also das ist, genau wie Dune ist das ein Film, der ist fürs Kino gemacht. Und selbst im großer Fernseher, dann kann man den dann noch ein drittes Mal gucken oder ein zweites Mal oder so. Aber geh dann ins Kino, wenn du da noch Zeit wirst. So, jetzt in diesem Sinne, bevor wir uns noch ewig totquatschen, lieber Andreas, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Wie gesagt, wir hören uns in zwei bis vier Wochen wieder. Das entnehmt ihr unseren Social-Media-Kanälen. Und wir freuen uns natürlich immer über ein Like und einen Daumen hoch, eine Bewertung bei iTunes, eine Bewertung bei Spotify oder bei Podcast Addict. Das hilft auch dem Algorithmus, damit er unsere Show besser findet und noch mehr Leute vom wahren Nerdizismus erfahren. Und in diesem Sinne, wartet Jod, bis die Tage. Tschüss. 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 Eine Produktion des Podcast Imperiums Tschüss.